Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Bergmann, es ist sehr schön von Ihnen, dass Sie die Ziele des Gesetzes teilen. Ich weiß ja auch vom Kollegen Bombes, dass er die Ziele des Gesetzes teilt, aber es gehören ja nicht nur Lippenbekenntnisse im politischen Alltag, sondern dazu gehört auch ein Gestaltungswillen und dieser Gestaltungswillen, den haben wir gezeigt in der Form, dass wir dieses Gesetz auf die Reise geschickt haben und umgesetzt haben. Weil wenn Sie tatsächlich diese Ziele teilen würden, würden Sie auch diesem Gesetz zustimmen, weil es die Grundlage bildet für faire Beschaffung, für fairen Handel in der öffentlichen Beschaffungswelt. Und ich finde es auch bezeichnend von Ihnen, dass Sie quasi ein Zitat nehmen, wo Sie einen Halbsatz aus der Stellungnahme bzw. Anhörung nehmen, wo Sie sich beziehen auf die Vertreter der Stadt Dortmund, weil es war nämlich an diesem Beispiel sehr, sehr eklatant, dass im Grunde genommen Vertretungen, Vertretungen, die in Anspruch nehmen, die gesamten Mitglieder zu vertreten, ob es jetzt die Städtevertretungen sind oder ob es Unternehmensvertretungen sind, im Grunde genommen gibt es sozusagen nicht die Ableitung, dass dort alles im Grunde genommen durch diese Meinung gesettelt ist, weil es war klar herauszuhören, dass gerade die Stadt Dortmund sagt, wir haben schon immer nach diesen Grundsätzen gelebt und dieses Gesetz ist eine gute Grundlage weiterhin, unsere Ziele, die wir als Kommune haben, weiterhin auch umzusetzen. Und denken Sie daran, wie viele Städte mittlerweile für fairen Handel, für faire insgesamt Bedingungen eintreten, sich um diese Siegel bewerben und auch das im Prinzip negieren Sie, dass viele auf dem Weg sind, diese Dinge auch umzusetzen. Ja, so und auch in der Anhörung gab es halt auch, beziehungsweise in der Evaluierung wurde auch gesagt, dass dieses Gesetz Wirkung entfaltet, weil es war von Anfang an so angelegt, dass wir sogar relativ zeitnah evaluieren wollten und eins ist auch klar, dass bezogen auf die Unternehmen, die sich von Anfang an für faire Löhne eingesetzt haben, auch diese gesagt worden ist, dass wir, diese Unternehmen, größere Marktchancen und Teilhabe bekommen haben und das ist auch mit ein Ziel, das wir verfolgt haben und es zeigt, dass Gesetz an dieser Stelle wirkt. Und was Sie auch nicht verstehen ist, dass es eine Vielzahl, eine Vielzahl von Unternehmen gibt, die nachhaltigen Geschäftsmodellen ernsthaft leben und schauen Sie sich diese junge Start-up-Szene an, wie viele gute Ideen diese Leute haben und es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Mehrwert für diese Gesellschaft. Ja, und auch dafür braucht es eine Grundlage und dieses Gesetz, im Grunde genommen, dieses Gesetz schafft diese Grundlage. Ja, weil wir diese Unternehmensziele dieser Unternehmen teilen. Ja, und wir sind auch davon überzeugt, dass die Veränderungen, die wir an diesem Gesetz vorgenommen haben, die Handhabbarkeit verbessern. Ja, wir sind nicht beratungsresistent, das haben Sie auch gesehen, auch nochmal in der Anhörung. Und es ist, im Grunde genommen, schauen wir ja auch nochmal in Zukunft, inwieweit wir im Grunde genommen dann auch nochmal Änderungen vornehmen können, in dem Dialog, der stattgefunden hat und der auch weiterhin stattfinden wird. Und ich bin sehr froh, dass gerade an diesem Gesetz, diesem Gesetz, die Unterschiede klar werden, zwischen Opposition, gerade zwischen CDU, FDP und uns. Denn wir, wir bleiben nicht bei Lippenbekenntnissen, wir haben den notwendigen Gestaltungswillen und wir haben eine gute Blaupause geliefert für nachhaltige Beschaffung in der öffentlichen Vergabe, nicht nur für Nordrhein-Westfalen. Ich denke mir, dass dieses Gesetz auch Wirkung darüber hinaus entfalten wird. Herzlichen Dank. Applaus 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 Applaus